Pilot, die IMC wird weiter nach uns suchen. Unsere einzige Überlebenschance ist ein Treffen mit Major Anderson. 60 Klicks von unserer aktuellen Position. Wir müssen improvisieren, wenn wir überleben wollen. Hier ist Formel 3-2. Wir haben hier unten schwere Verluste. Erbinden dringend Unterstützung. Verbündete Kreise in der Vangangklasse. Wir haben schwere Verluste. Sicher, Spiegel. Wir sind hier zu sehen. Wir könnten diese brauchen. Hier ist Endstation. Die Schmählichkeit allein wird dich nicht retten. Sprengsysteme rein. Feindheit zerstört. Sprengsysteme aktiviert. Feindheit zerstört. Ziel erfasst, drücke vor. Feindheit zerstört. Danke für die Hilfe, Sir. Wir sichern das Gebiet. Das hochentwickelte Design dieser Titan-Waffe könnte uns einen taktischen Vorteil verschaffen. Bist du etwa verliebt? Das menschliche Konzept der Liebe erfordert Bewunderung, Anziehung, Hingabe und Respekt. Fazit, ich bin zu 50% verliebt. Mit dem Tone-Load-Out können wir Gegner erfassen und mit Zielsucher-Gegner attackieren. Das ist im Kampf ausgesprochen Hilfe. Freizeiten zerstören. Das ist alles gut. Unser Vormarsch durch diese Anlage wird durch ein Fluss-Sikulierungs-Zur blockiert. In der Nähe soll es eine Bedienkonsole geben. Die beiden Taten an den südlichen Wassern sollten erbitten. Und es gibt mögliche schwere Verletzungen ohne den Brot nachdenken. Deshalb ist das Tragenwache von Angehörigen dieser Einrichtung obligatorisch. Und es gibt noch einen Taten-S Testaufwand. Mhm, wir müssen, dass es passiert, dass er tanta ist. Giften, umstieg dann jetzt die automatische GF-Anlage. 1-1. Er schaltet uns der Reihe nach aus! Unser Vormarsch durch diese Anlage wird durch ein Flussregulierungstor blockiert. In der Nähe sollte es eine Bedienkonsole geben. Wartungsüberbrückung aktiviert. Öffne Flussregulierungstor. Warnung! Toxische Dämpfe in Hauptkammer eingehalten. Aktiviere Sicherheitsschleuse des Kontrollraums. Die Druckschleuse hat sie im Kontrollraum eingeschlossen, Pilot. Sie müssen einen anderen Ausgang finden. Wir müssen uns trennen. Trennen? Klingt riskant. Angesichts der schwierigen Lage müssen wir das Risiko eingehen. Ich verfolge Ihre Position. Schlage vor, Sie suchen einen Ausgang. Alles klar, BT. Du aber auch. Verstanden, Pilot. Alle mal herhören. Hier spricht Kane. Was wir hier haben, meine Freunde von der AFC und der Miliz? Das ist ein Kommunikationsproblem. Aber ist das okay? Kein Akte. Alles das Beste. Wer hier hat einen Schein? Wer wartet? Wartet da. Kane. Söldner mit Verbindung zu den Apex Predators. Bekannter Drogenabhängiger und Händler. Was ist das? Verloren! An alle verbleibenden Milizeinheiten. Nur damit ihr es wisst, dass ihr es, Keynes Reich. Ihr dürft gerne bleiben, bis er euch getötet hat. Was übrigens nicht lang dauert hat. Wir brauchen Sie vor! Der verbündeter Pilot. Captain, die haben uns den Belieb-Piloten geschickt. Feuer einstellen! Er gehört zu SOS! Tut gut, einen Piloten zu sehen, Sir. Unser Spot hat echt was abgekriegt. Versteigung auf sechs Uhr! Monat, Zeit! Wir kommen in die Feuerküren! Die Bombs durch die Schlacht! Wir sind zu viele! Wir sind von uns zu streiten! Von der Hände! Hust die Schlacht! Abonnieren! Drüten, Pilot! Achtung! In Unterabteilung 3A ist ein großer Trauer, umgehend beseitigen. Wo muss ich hin, V.T.? Wir müssen durch diese Anlage zum Treffpunkt mit Major Anderson vorrücken. Das ist die einzige Chance zu überleben. Kein Sichtontakt! Kontakt! 30 Meter voraus! Gießt Nullpunkten filtern jetzt die automatische Festanlage. Okay, ich habe gehört, ein Treffen der Rheingard-Klasse und ein SRS-Pilot reicht. Da bleiben meine IMC in Bezug auf. Wer du auch sagen magst. Bewusst, die will mein Freund gar nicht mehr überlaufen. Und du bist bekannt, der Letzte, der dich umgelenkt hat. Das ist die Anlage! Das ist die Anlage. Was hat die Anlage finanzieht? Schalten wir interne Drenagetruppen auf Primärkontakt. Wer ist hier? Sie müssen aufpassen, Pilot. Was kannst du laut sagen? Sie müssen aufpassen, Pilot. Pilot, unsere Wege werden sich in Kürze kreuzen. Cool, klingt gut. Ich orte mehrere Sicherheitskräfte der IMC. Machen Sie sich bereit, Pilot. Freut mich, dich zu sehen, Kumpel. Freut mich ebenso, Pilot. Die Scheuerung des Schlammstroms ist in der nächsten Kammer. Ich markiere sie auf ihrem hart. Und die Schlammstroms ist in der nächsten Kammer. Die Schlammstroms ist in der nächsten Kammer. Ich komme jetzt runter! Werfen damit Granate! Überbrücke Pumpenfächer-System. Notabschaltung initialisiert. Schickt die TX rein! Die Schlammfälle enthalten in Ruhrkonzentrationsschermetalle, die meine Zielerfassungssysteme stören. Wie schwer kann das sein? Schieß einfach! In der Kampfzone meines Piloten blind zu feuern, verstößt gegen Mono-3. Langer 4, Seil und Blatt! Langer 4, Seil und Blatt! Langer 5, Seil und Blatt! Langer 5, Seil und Blatt! Langer 5, Seil und Blatt! Da, kein Kilo in Verbindung! Pumpen abschalten, Benz, 40%. Abwarte! Achtung! Tauchung, Seil und Blatt! Seil und Blatt! G tambachung! So 2, Seil und Blatt! Ah! Bambachung, cosmeticung oder gew деле haben? Pumpenabschaltequenz 50% Puppenabschaltsequenz, 80 Prozent. Die Puppenabschaltsequenz, 90 Prozent. Puppenabschaltsequenz, abgeschmissen. Sichtkontakt wieder hergestellt. Leiste Unterstützungsfeuer. Unmittelbare Gefahr. Ready! Bitte kommen! Der Arscher, frei auf die Zeitkriegen! Pilotenmodus aktiv. Protokoll 2, Mission fortsetzen. Ich habe Befehl, Spezialeinsatz 217 abzuschließen und zu Major Anderson von der SIS zu stoßen. Du warst nicht zu Keynes Party eingeladen. Deshalb bist du jetzt tot. Hahahaha! Sieh an! Noch sollen möchte ein Held. Mit einem SRS-Titan der Vanguard-Klasse. Ja! Du gefällst mir! Hahahaha! Kommst mit nem Messer zu nem Messerstecher. Die Party kann los, Gang-Grünschnabe! Die Party kann los, Gang-Grünschnabe! Nachabfänger, verschwinde einfach! Nachabfänger, verschwinde einfach! Ja! Das ist gut! Das ist wirklich gut! Wirklich gut! Gute Arbeit, Pilot! Pains Helm-Funk-Gerät ist noch intakt. Gammasex und Kayn! Ein Halt in der Vanguard-Klasse! Brich durch die Anlage! Over! Kayn! Wir brauchen Verstärkung in den Zullen! Zlawney F. Blisk! Die IMC hat die Lade so gut wie im Sack. Machen Sie die Draconis stattklar! Verstanden. Ich hab hier drei Gefangene. Was soll ich mit denen machen? Töten Sie sie! Nein! Nicht! Ben unterwegs. Sloan out. Die Entschlüsselung der feindlichen Kommunikation hat in der Militärgeschichte eine lange Tradition. Das kommt uns zugute. Um zu überleben, müssen wir in Bewegung bleiben.